Ich bin das letzte Mal wo runter geflogen. Ich glaube das ist hier. Ich bin hier voll ins Wasser reingebratscht hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das ist da, oder? Ja, ja. Ach scheiße, ist hier eine Schlucht oder sowas? Ja, okay, das heißt wir müssen links... Irgendwas ist bei mir hier. Fettsack da. Grillmaterial da. Ja, hier ist diese Schlucht. Da habe ich das letzte Mal voll runtergepfiffen, für dich dödeln. Aber es ist sowas von... Hallo! So! Wie geht's, Jungs? Alles für den Schritt? Ihr stinkt nach Leiche. Schlechter Weg. Wir müssen über diesen Eisenbahnweg, habe ich das Gefühl. Aber das will ich nicht. Die Belumpen fahren. Warte mal, hier kann man runter. Läuft! Hier kann man runter. Weg gefunden. Geht doch. Ich war schon hundertmal da, aber irgendwie... Ah! Scheiß Explodierer. Irgendwie findet man den Weg doch nicht wirklich immer. Also ich zumindest. So, geht's nicht lang. Der Weg stimmt doch schon mal. Gehen wir da rüber. Vielleicht eine kleine Abkürzung, die läuft immer, ne? Scheiß Baum, geh weg. Baum! Drecks Baum. Muss. Meine Eier sind gerade voll geschwollen. Ich frage die Milf mal, ob sie was dagegen unternehmen würde. Nein! Tu dir keinen Zwang an. Oh, Baum! Ey, wer... Ich brauche einen Vendetter, der muss die alle umsägen. Scheiße, ich glaube, ich muss um den scheiß Berg hier rum, ey. Mann! Och, komm! Nein, nein, nein! Da geht's runter! Da geht's runter! Scheiße, elendige. Wir fahren jetzt da oben rum irgendwo. Hier können wir nur rum. Och, komm! Scheiß Drecksberg! Ich krieg Acker. Ey, ich geh gleich zu Fuß, glaube ich. Da bin ich doch noch schneller wie diese Scheiß... Jetzt ist aber Ruhe da. Weißt du was? Ernsthaft, ich geh zu Fuß. Scheiß da, Hund drauf. Dreifach, Vierfach und Zehnfach. Oh, oh. Da oben sind Ghetto-Kids. Sind Lümmels! Die kommen auch gleich, habe ich so das Gefühl. Schau, ist, hä? Next one. Was ist denn, hä? Schläge? Na, warte nur, Junge. Ich muss mir mal ein bisschen Puste holen. Geht doch mal weg, ihr scheißverfickten Hurenkinder, ey. Wie man die am Sack gehen, ey. Die gehen mal so im Sack. Diese Runners sind so eine Pest, genau wie der Explodierer. Es gibt einfach Feinde, die nerven, nur. Die gehören eindeutig dazu, ey. Das ist richtig Ruhmkinder, ey. Hässlich wie die Nacht. Stinken, bluten, machen Dreck, hängen fest. So, da, Ruhe ist jetzt. Und du? Du kriegst nur einen Bonus. Steh ja nicht auf. Und du, Halt's Maul. Oh, jetzt passt's wieder. Der Müll ist auch noch, weil er auf mich zugegangen ist. Auf mich geht keiner zu. Dann treten wir ins Gesicht. Dann machen wir einen auf Münchner Hubanschläger. So. Rang 8. Jo, ich bin nur an 8. Danke, Hades. Ich dachte, ich bin nur Rang 6. Das habe ich gar nicht gemerkt. Bin ich irgendwann mal zu einer Ränge aufgestiegen. Ja, weißt du, wie schwierig das ist, die zu kriegen. Du machst das mit den Paketen, ne? Ich habe das aber nie gemacht. Ich sage nichts, dass ich was dagegen habe. Aber ich sage nur, ich habe es nie gemacht. Ich habe einmal die Quarantäne-Zone gemacht. Und dadurch habe ich natürlich auch schon wenig Punkte, ne? Aber ich feite sehr gerne, also. Ich schläge mich immer mit so hässlichem Hirn. Hier dreht dich dann so lange, bis hier am Boden liegen. Und dann dreht dich nach. So ungefähr, ne? Läuft. So. Wir sind ja eh gleich da. 400 Meter. Das wird jeder nur überleben. Dann machen wir einmal. Boom. Und dann sind wir am Wohnwagen. So. Läuft. Der hinter mir hat schwere Atmung. So. Das muss hier irgendwo sein, ne? Ja, wir müssen das einfach nur abgeben und dann läuft da was. Die Waffe, die ist geil. Ich habe auch noch andere. Die muss ich auch reparieren, merke ich gerade. Warte mal. Kann ich die Machete nehmen? Das ist kein Problem. Aber ich mag die Schneiderwaffen, weil da kann man Hände, Füße und alles abstechen und abschneiden. Das ist mehr so mein Privatfetisch. Ich schneide gerne Gliedmassen. Und ich renne gerne Leute um. Ich steige dann gerne auch aufs Dach. Das macht fun. Manche brauchen es halt. So da, hoppola. Oh, da ist eine ganze hässliche Bande hier. So da. Lauf, 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 lauf. So. Einmal da drüber und fertig. Irgendwas ist hinter mir schon wieder. Ach, ich habe keine Lust auf die jetzt. Oh, läuft. Leckt mich doch am Socken hier. Oh, da schaut ihr. Sagt lieber Danke, dass ich die Armbrust hier nicht rauskriege. Sonst hole ich meinen Dicken raus und dann schaut es anders aus. So, ja, siehe. Ich habe für dich ein scheiß Buch. Sondern gib diese Sachen den Akolyten. Sobald du die Möglichkeit dazu hast. Es ist sehr wichtig für die Mutter. Ich weiß, haben sie mir schon gesagt. Ich sage ihnen, dass ich alles habe. Ich will gar nicht wissen, was Headbanger-Ringen mit Zombies machen würde. Wahrscheinlich schönen Hardcore-Zuging-Was. So, was machen wir jetzt? Zerstören sie die Schattenjäger nicht? Nö, das machen wir jetzt sicher nicht. Ich bin nicht bescheuert. Ja, wir haben nur ein Nebenquest. Das heißt, ich muss irgendwas machen, damit man wieder ein Hauptquest kriegt. Was ist das da? Das könnte man nur machen. Wo ist denn das? Ist das neben mir? Nö, oder? Was ist denn das? Ein Kilometer schon wieder. Ey, 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 ey. Na schön. Holen wir uns den Buggy. Wo ist der? Da hängt. Wo kriege ich den Buggy, glaube ich, wieder. Links rüber muss man? Einmal links, einmal... Ich gehe nicht gerne links, weil diese linken Ratten gehen mal sowas auf den Senkel. Ich gehe immer gerne fünfmal rechts. So, Hammer! Buggy hier. Welche Szene, ha, das... Wo ich mal einen Arsch aufgekrackelt habe, ey, ich bin da etwas unsanft runtergeflogen. Sagen wir mal so. Ecke, rauf da. So. Mein Buggy! Wir haben den Fuß über eine Gruppe erhalten, die zu deiner Beschreibung passt. Sie hat sich im Kornspeicher eingestet. Okay. Alles klar. Ja, labert schneller. Ich seh's mir mal an. Alles klar. Alles klar, gib mir einen Marker, Junge. Gib mir einen Marker. Gib mir einen Marker. Was heißt hier unsere Ich-mach-die-Drecks-Arbeit, Junge? Sagt ja unsere letzte Chance. Wer darf denn die Drecks-Arbeit machen? Muss immer die Drecks-Hacken hier machen, ey. Die machen gar nichts. Die sagen immer unsere. Ja, krieg ich ein Mission auch, oder nicht? Jo, hier geht mal ein Mission, okay. Aber bevor ich den Scheiß hier annehme, schauen wir uns den Scheiß hier an. Weil, schauen wir mal, Begeben Sie sich zum Kornspeicher. Das ist eine Mission, da wird viel geballert. Das weiß ich. So, hier bin ich jetzt, oder was? Nee. Da soll mal hin. Okay, wie weit wäre das? Jo, das könnte man ja, warte mal. Entweder machen wir das oder das. Schauen wir mal. Wie weit ist denn das? Machen wir einfach mal Kuh. Das ist zwei Kilometer. Die andere Mission ein Kilometer. Ergo, wir machen die Nebenmissionen. Ich hab nichts gegen Nebenmissionen. Find ich schon okay. So. Nehmen wir uns unseren spitzen Limousinen-Baggin. Hier. Jetzt müssen wir wieder bei Ihnen. Turbo! Das Mal müssen wir gerade. Warte mal. Bremsen, bremsen, bremsen. So, ich muss mal die Lage abchecken. Also, wie kommen wir da hin, wo wir hin müssen? Vielleicht, äh, ich muss mir ein Gehirn verdrehen. Vielleicht links müssen wir. Das heißt, so. Da gibt es auch so ein Paket. Das nehmen wir mal nebenbei mit. Das liegt am Weg. Da müssen wir sowieso vorbei. Also, warum denn nicht, ne? Baum weg! Ach, Leute. Das ist doch noch nicht euer Ernst. Ich kann das da nicht umfahren. So. Schleich dich! So, warte mal. Wo ist denn das? Da oben hin, ne? Jetzt holen wir uns das Paket. Das liegt am Weg. Ich hab wieder ein paar Idioten am Hals. Ich weiß das ganz genau. Wow! Ne, 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 ne. Da fahren wir nicht rein. Das stinkt. Oh, ich hab Deppe, der hat mal Arsch. So, soll nur kommen. Komm her! So. Geht's euch jetzt besser? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hallo? Oh, alle tot? Passt! Äh, so. Äh, das Paket ist... Hinter mir. Das kann ich also nebenbei mitnehmen. Scheiß Baum! Oh, ich hab's echt mit diesen Dingern hier. Ich finde es ein bisschen bescheuert, dass man Bäume nicht umfangen kann. Das ist ein bisschen... Äh. So, wie ist denn das Paket jetzt? Muss hier irgendwo sein? Links von mir. Äh, scheiß. Oh, nicht der! Ne! Warte mal, jetzt machen wir mal das. Brenn, du Sau! Brenn, du Sau! So. Raiss, seine Spacken sind auch nicht hier. Das heißt, mir gehört alles. Alles meins, mein Schatz. Oh, scheiße. Irgendwo ist er Depper da. Oh, ich muss mich da beeilen. Beeilen, beeilen! So, läuft. Wo ist denn der Trottel? Alter, geh mal nicht am Piesel durch. Sonst kriegst du richtig. Arsch. Weißt du was? Teebek! Teebek! Arschkröte. So, wo ist mein Buggy? Wir fahren natürlich wieder zum Ziel. Das ist natürlich sonnenklar. Ähm. Allerdings will ich mit denen nur ein bisschen Spaß haben. Hier, die haben's verdient. Yeah! Wer steht nicht auf Elektroschock auf den Eiern? Ne? So. Ähm. Ja, hier entlang und so weiter und so weiter und so weiter. Ein hässlicher ist hier. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Warte mal, hier müssen wir langen. So. Wo müssen wir jetzt langen? Äh. Rechts. 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 Jetzt geht der Scheiß noch nicht frei über den Berg drüber. Oh! Das war ne geile Idee! Aber es ist ne Abkürzung! Wo bin ich denn überhaupt? Ein Baum, war klar. Was ist das da unten? Oh, fuck! So, bin ich hier richtig? Ne, sicher nicht. Doch so kann man auch fahren! Äh! Vorwärts fahren ist unten. Rückwärts fahren ist geil. Schleichzeig. Säcke. Man, nicht mal ne Aufenthaltsgenehmigung, wenn wir mir im Arsch gehen wollen. So geht das nicht, ey. Tja. Geht mal gar net klar, ey. Wow! Dafür! Aber jetzt. Das wird der Jump des Lebens! Läuft! Weg da! Och, nö. Diese Betonwände, die haben sie echt gut platziert, muss ich sagen. Immer dort, wo ich hinfahren will. So. Ich glaub, wir sind da. Hier müsste das sein, oder? Ne, 200 Meter noch. Ist das dahinter, oder wo? Okay, das ist dahinter. So. Nochmal 200 Meter. Das muss da drüben irgendwo sein. Vor meiner Nase, auf jeden Fall, oder nicht? Jo, hier ist das. Okay. Läuft! Wahrscheinlich da oben. So. Hier wahrscheinlich, oder? Hallo? Ist hier was? Ich lese nur grad den Chat, nicht wundern. Boah, Harles, du bist eklig. Du kannst mich ruhig spoilern, ich hab das schon, äh, durchgespielt. Hier, ich spiel nur auf Albtron. Aber, man merkt sich halt nicht alles. Allerdings, hier muss man irgendwas machen, und ich weiß nicht was. Ich schätze mal, hier irgendwas klauen, oder so. Ist hier was? Kaputt machen kann man, ist geil. Ich mach immer alles kaputt. Das ist so, was ist wirklich in meiner Natur, irgendwie. Aber, weiß nicht, hier muss ich nichts machen. Hm. Bin ich zu doof? Das gibt's doch nicht. Oder man muss irgendwo rauf. Was ich jetzt eher glaub, sogar. Also, lesen wir sie vielleicht einmal, die Mission. Suchen sie nach der Höhle unter dem toten Baum. Okay, leuchtet. Wir müssen da rauf. Oh, geil. Geiler Glitsch. Man kann sich, äh, den Haken in die Luft. Ja, hier ist ein toter Baum und eine Höhle. So, irgendwie. Hier sind Haufen Bäume, Mann. So. So, und jetzt? Wir sind immer nur richtig. Das ist irgendwo hier. Eine Höhle unter dem Baum. Das kann ja auch hier sein. Boah, hat das alles nicht auch gemacht heute? Glaube ich zumindest, ne? Wenn es das ist, dann ist es irgendwo. Schauen wir mal hier. Schlecht, schlecht, schlecht. Äh, pff. Jo. Höhle, Höhle. Das da drüben schaut noch Höhle aus. Gehen wir mal da hin. Was ist jetzt wieder? War das so ein schreiendes Kind wieder? Unter dem toten Baum. Warte mal, ich glaube unter der Hütte war das, oder? Jo, jo, das war unter der Hütte. Läuft, hab schon. Kommt man da rein? Scheißhöhle, wie kommt man denn da rein? Da kommt man rein. Wow! Da fuu! Jedes Mal fliege ich fast runter. Ich nehme mal an, da muss ich rein. So, machen wir mal Licht an. Das ist so ein Schattenjägerscheiß. Das weiß ich ganz genau. So, Tomaten gibt's keine. Hier muss irgendwo was liegen. Weiß aber nicht mehr wo. Eins von den Dingern hier war, glaube ich, das Ziel, oder? Oder nicht? Warte mal. Folgen sie dem Hinweis nicht. Muss jetzt wirklich da runter, oder was? Oh, nee. Ich will da nicht rein. Weil, das ist so eine Schattenjägerscheiße. Und ich weiß genau, was bei Schattenjäger ist. Da kriegt Mili in die Fresse. Da hab ich keinen Bock drauf. Ach du Scheiße. Dunkles Zone. Nee, warte mal, der zeigt doch nach oben. Dann ist das oben. Ey, bin ich dumm, oder wat? Ey, wir hatten wir doch einen Socken, du ey. So, und jetzt? Jetzt sind wir wieder oben. So, halb oben halt, ne? Äh, da müssen wir hin. Oben ist aber auch falsch, ey. Ich kapier's nicht. Der zeigt mir hier, dann gehst du runter und dann bin ich falsch. Das kann ja nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht mit Schattenjägern hier fighten. Das geht doch nicht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Himmel Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018